Ich wasche nur aus mit dem Ding. Leute, so viel zum Thema. Ich schneide ja schon alles auf Ratzfatz im Amt. Aber nein, ich bin eingepennt. Zwischendrin. Jetzt müssen wir das ganze Zeug hier rein mitnehmen. Gucken, ob sich die Zeit findet, das Video noch zu schneiden. Ich habe keine Ahnung. Na ja, herzlich willkommen zu einem neuen täglichen Topradermit. Jetzt auf krampfschnell Rocket League und Walking Dead geschnitten. Ja, heute soll eine Folge Rocket League kommen. Wir wollten eigentlich GTA bringen. Aber da gab es ja ein paar Probleme dann. Und deswegen kommt dann heute Rocket League. Ich habe jetzt keinen riesen Schnitt reingemacht. Einfach Folge reingeklatscht. Ihr wisst ja, normalerweise diese Gaming-Sachen wie GTA und so schneide ich immer sehr, sehr krass. Aber musste ich mir heute sparen. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Wir haben kurz vor 10. Und ich muss die Bude aufmachen. In dem Sinne, sehen wir uns später. Mittagspause, liebe Leute. Die Videos sind hochgeladen. Saubär, dat ist geil. Bei der Rocket League Folge habe ich gerade noch überlegt, ob ich sie nochmal offline nehme. Und nochmal kurz ein bisschen umschneide. Weil ich wollte auch noch ein bisschen Schnitt reinmachen. Weil ich habe sie mir mal angeguckt. Und da war eigentlich eine Szene dabei, wo ich was Bestimmtes vorhatte. Aber, ja, ich musste halt schnell, schnell. Und dann ging es halt nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Wobei, eigentlich wegen einem Witz. Ne, lohnt es sich nicht so wirklich. Die nochmal runterzunehmen. Ja, ich gehe mir jetzt schnell was zu essen holen. Ich weiß aber noch nicht wo. Vielleicht zum Döner. Naja, bis später. Ich habe mich für das Jahr zu schützen. Geil. Hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen und dachte so, Ich habe jetzt schon ein bisschen Bock. Mehr als auch viel Salat. Ja. Und es ist auch warm. Und ich habe Mittags können was mal aus dem Essen. Zumindest einmal am Tag. Wenn man so möchte. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück. Gehe dort essen. Und dann mache ich mich wahrscheinlich mal ein Schneiden von dem Vlog von gestern. Damit er eventuell auch noch heute kommt. Zwar ein bisschen später. Aber, kann man nichts machen. Ich gönne mir gerade das Video von Lovely Potato wo ich auch mit drin bin. Ja. Und gönne mir mein leckeres asiatisches Essen. Ja, das bleibt mir wenn das Video zu Ende ist. Mal anfangen meinen Vlog zu schneiden. Und dann mal schauen ob er heute noch kommt. Oder wie auch immer. Was geht Freunde? Vorabend. Wir angebrochen. Ich muss aber noch ein paar organisatorische Sachen machen. Weil morgen fängt ja ein neuer Monat an. Der erste April. Oh, ich freue mich schon wieder auf die ganzen Videos. Ich höre auf mit YouTube. Ich zeig mich. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Sachen ausräumen. Die es jetzt nicht mehr geben wird im April. Und ja. Das würde ich mal sagen. Machen wir doch. Und ihr seht ne schöne Teilmaps. Ganz kurz. Findet ihr nicht auch, dass die gleich aussehen? Der einzige Unterschied ist einfach nur dieses Ding hier. Und das halt hinten drauf steht 417 anstatt 317. Aber. Naja. Welches war denn jetzt welche? Seht ihr? Ich kann selber nicht mal auseinander halten. Aber die müssen halt alle weg. Wegen neu und äh. Und ach Gott ey. Das ist so eine Papierverschwendung. Ganz ehrlich. Gut reicht dann erstmal. Ich mach mal hier noch klar Schiff. Und dann würde ich sagen wir sehen uns draußen wieder. Ja wie ich gesagt ich mach den Vlog jetzt schon noch fertig. Ja gut das hab ich aber. Nö. Freunde eins erschließt sich mir nicht so ganz. Warum parkt der wenn es hier einen komplett oder fast komplett freien Parkplatz gibt. Warum? Warum? Ist so unnötig. Einfach nur Platzverschwendung. Na gut. Ich bin da und ja ihr wisst ja. Wieder rein, aufmachen und so. Aber heute mal keine Schnittbilder aus dem Laden. Ich würde sagen wir sehen uns nach Feierabend. What's poppin dudes? Feierabend. Für heute. Richtig geiles Wetter draußen. Das müssen wir noch ein bisschen genießen. Ich fahr jetzt ähm zu einer ehemaligen Studienkollegin. Die möchte nämlich noch die Daten von Zugzwang haben. Und hab ich gesagt alles klar zieh ich dir auf die Platte bringe ich morgen wieder rum. Sie so okay alles klar bis dann ciao. Ja und dann hab ich überlegt weil der Timocin im gleichen Ort wohnt. Fahr ich doch noch zum Timocin. Und hol den ab und chill noch ein bisschen mit dem. Und ihr kriegt das alles in Form dieses Vlogs mit. Ich glaub der wird sehr sehr lang aber das ist doch auch mal schön oder? Sparmen ey. Tico ist da. Ja und jetzt äh ich hätte Red Bull auf meinen Nacken mitbringen sollen. Aber ich hab natürlich mich wieder gekonnt rausgeredet so wie es sich gehört für einen Verkäufer. Ich hab natürlich gesagt hey woher soll ich wissen was du willst. Müssen wir doch erstmal die Specs sagen. Die Inhaltsstoffe von deinem Red Bull. Okay wir fahren jetzt und dann holst du eins. Ne. Kann ich so nicht bestätigen. Das ist jetzt zu spät weißt. Aktion abgelaufen. Tico wollte unbedingt dass wir zum Laden des Vertrauens gehen. Ich hab gesagt okay hol ich mir halt einen Salat wenn du das unbedingt möchtest. Weißt du guck und jetzt haben sie keinen da. Wie machen wir das jetzt? Wie entschuldigst du das? Ja das denke ich mir. Warum? Da haben sie noch einen. Aber guck der Scheißdeckel alter. Ich wasche nur aus mit dem Ding. Was geht Leute? Es ist da. Das Wesen aus einer anderen Welt. So siehst du heute echt aus ey. Du hast so eine ganz andere Frisur heute. Entschuldigung. Aber sie sieht gut aus. Versteht ihr? Ja. Habe ich auch null gemacht weil mit offenen Haaren es einfach geschäftlich ausgesehen hat. Ja kenn ich. Das wollte ich sagen. Wir sind einkaufen. Treffen uns noch mit ein paar anderen. Mal gucken ob die Kamera da auch am Start ist. Ich denke eher nicht. In dem Sinne. Nächster Tag ist angebrochen. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Weil war wieder ziemlich wild. Ja und auch spät. Ich bin doch richtig am Arsch ey. Müde ey. Man hört es wahrscheinlich auch an der Stimme und so. Ja. Und jetzt waren wir wieder zu Hause. Ein bisschen chillen. Ich lieg gerade so im Bett. Hab Kopfhörer auf. Und auf einmal ich denk so. Hey sag mal. Wo kommt denn diese Musik her? Und ich dachte erst das wäre in so einem Video was ich angucken. Ne warte mal. Es passt nicht akustikmäßig bla bla. Und dann habe ich die Kopfhörer so abgesetzt. Und höre so dass die Musik von oben kommt ey. Meine Mom hat einfach mal die Anlage übel aufgedreht. Und dann hat das Haus so vibriert. So nach dem Motto. Also man hat das im Kompletten ausgehört. Wollte es noch schnell filmen. Aber als ich dann die Kamera hatte. War es dann leider schon vorbei. Ja dann bin ich kurz hoch. Hab sie gefragt. So sag mal. Was geht eigentlich? Dann hat sie gemeint. Ja dein Vater ist nicht da. Der kann ja schön Musik hören. Schön ballern. Und ich dachte mir so. Alles klar Digga. Läuft. Ja. Was geht denn heute noch? Also die Jungs wollen nachher noch grillen gehen. Ich habe gesagt. Ich habe kein Fleisch. Bisschen Scheiße dann für mich. Aber da niemand. Ja. Geh doch kurz zur Tanke. Und da habe ich so gesagt. Ja. Alles klar. Ich kaufe mir so ein 10 Euro Fleisch. Oder was. Was dann so richtig auf billig ist. Versteht ihr das? Aber mal gucken. Ähm. Ich könnte jetzt das Ganze noch. Auch in den Vlog packen. Aber ich denke. Der ist einfach schon ewig lang. Und es würde dann zu lang werden. Deswegen. Wenn ich mitgehe zum Grillen. Würde ich sagen. Widmen wir diesem Grillen. Einen eigenen Vlog. Und damit sage ich natürlich wie immer. Wenn es euch gefallen hat. Zeigt es mir in einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen. Wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal.